Wir kriegen in unserer Abwehr besser in den Griff in die zweite Halbzeit und wir haben heute den besten Torhüter. Kevin Möller war richtig stark, vor allem in der zweiten Halbzeit und hat richtig viele Bälle gehalten, die wir in unserer Abwehr nicht hingekriegt haben. Er hat uns mehrmals gerettet und ich finde, er war der große Unterschied heute. Wir finden es immer total schön hier zu sein. Wir haben immer viele Fans, die mit uns kommen und heute genauso und das haben wir richtig gespürt auf dem Spielfeld und deswegen freuen wir uns jedes Jahr hier hin zu kommen. Wir kriegen ja die letzten 20 Minuten nichts mehr zustande, vor allem im Angriff. Ich glaube nicht, dass es einfach ein Kopfproblem ist, sondern ich glaube einfach, dass die SG extrem gut gedeckt hat und Kevin Möller einen sehr, sehr guten Job hinten gemacht hat und da haben wir keine Lösung gefunden, auch im 7 gegen 6 nicht. Deswegen ist der Sieg für die SG verdient. Wir sollen das gewinnen, weil wir möchten das mehr als Kiel und das müssen wir auf dem Spielfeld zeigen auch, dass wir immer noch viel Energie haben und immer noch viel Aggressivität, was wir rauskriegen können und das müssen wir morgen auf dem Spielfeld zeigen, aber wir müssen genauso gut spielen wie heute, sonst wird es schwer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.